Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal, so weiter wie von mir. Heute zu dem neuen Update, das heute rausgekommen ist, ja. Es gibt nämlich drei neue Waffen, es sind drei Nahkampfwaffen und ich finde es wirklich ziemlich, ziemlich geil. Also sehr, sehr, sehr geil. Und noch was bei den Kryptos, würde verändern, also im Schwarzmarkt. Ja, kommen wir erstmal zu den Waffen. Ihr seht hier jetzt das ganz normale Kampfmesser. Dann zeige ich euch jetzt mal eins von den neuen Messern. Und zwar, das ist das Butterfly. Also ich finde es wirklich ziemlich, ziemlich geil, wenn man da so mit Römen läuft. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich cool und freue mich auf jeden Fall darauf. Also die ganzen Sachen, die ihr jetzt dann seht, die kann man durch die Kisten im Schwarzmarkt ziehen, also mit Kryptopunkten. Ich glaube, es ist selten, die zu ziehen. Also ja, die sind auch nicht stärker als das normale Messer, aber vielleicht haben die andere Futures oder ein paar andere Sachen noch dazu. Ja. Dann kommen wir auch zu der nächsten Waffe. Das ist die, Entschuldigung, das ist der Schlagring. Ja, also man haltet, wie ihr schon sehen könnt oder euch denken könnt, haltet man jeder einmal in der Hand. Und ja, wie ich finde, ziemlich, ziemlich geil. Also wenn man wirklich da mit einem anderen rumläuft, das sieht wirklich richtig geil aus. Und ich finde, diese Schlagringe passen wirklich gut zum ersten Charakter, zum Ruin oder zum Ripper, weil die beide haben schon sowas ähnliches wie Nahkampf. Finde ich, die sind besten für den Nahkampf geeignet. Also die sehen am besten dafür aus, mit den Dingern rumzulaufen. Und da kommen wir jetzt noch zum krassesten von allen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Das ist einfach mal ein Schraubenschlüssel. Weil es ist Wahnsinn, dass sie sowas einbauen. Leute, stellt euch mal vor, ihr geht einfach ganz normal oder ihr läuft im Spiel. Auf einmal kommt um die Ecke so ein Typ mit einem Schraubenschlüssel, haut euch einen auf den Kopf, ey. Das ist so geil, unfassbar, ey. Also es gibt alles One-Shot hier, was ihr seht. Und das ist heute rausgekommen, wenn ihr so Kryptos habt. Gibt's hier aus dafür. Und ja, hoffentlich zieht ihr was. Und ja. Wenn ihr was Gutes zieht, also wenn ihr sowas zieht und und vielleicht ist ja auch was hier von dabei, was ich euch gerade gezeigt habe, da könnt ihr mir ein Gameplay schicken. Also ihr könnt es einfach auf euren Kanal hochladen. Und wenn ihr mir es dann erlauben würdet, würde ich das auf meinem Kanal hochladen und dann dazu meine Meinung sagen, wie ich das finde im Spiel. Weil ich bereite gerade meine Kryptos vor, auf was ganz Besonderes. Das wird am Weihnachten sein. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, was. Also freut euch schon mal darauf. Ich spare die nämlich jetzt gerade. Also wenn ihr was Gutes habt, schickt mir Gameplays ein. Also schickt sie mir. Oder tut sie einfach auf euren Kanal hochladen und sagt, oder schreibt in den Kommentaren, dass ich sie benutzen darf. Ja, da kommen wir auch zum, zu den Schwarzmarkt, was verändert wurde. Und zwar wurde verändert, man kann jetzt, also ich habe jetzt leider dazu kein Bild. Ich, also man kann beim Schwarzmarkt jetzt die Sachen, die man doppelt hat, gegen Kryptos eintauschen. Ich glaube für eine Sache, die man doppelt hat, ein Krypto. Und ja, finde ich ziemlich cooles System. Und man kann jetzt auch, wenn man eine Kiste aufmacht, kann man gleich zu der nächsten drüber switchen. Man muss nicht wieder komplett die Kisten auswählen, sondern man kann einfach nach links gehen und dann ist direkt, erst mal direkt bei der nächsten Quiste und kann sie direkt aufmachen. Ja, das wäre es jetzt eigentlich von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Und wie gesagt, die Gameplays einschicken, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr euch darauf freut, auf die Dinge. Also ich werde auf jeden Fall mit so einem Ding wirklich herumlaufen und spielen. Ich hoffe, man kann dafür auch Tarnungen kriegen. Ich denke aber vielleicht nicht. Aber es wird schon geil aussehen, auf die ganzen drei Sachen hier Tarnungen rauszubekommen. Ja, ich werde euch die drei Dinge nochmal zeigen am Schluss. Das war der Schlagring. Und das war das Butterfly. Ja, das ist jetzt von meiner Seite aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen, wenn ihr vom Laufenden sein wollt. Ja, und das wäre es von mir aus. Und euer Salpe. Ciao, bis zum nächsten Video.